Letzten Monat haben noch mal einige Hersteller zugeschlagen und es kamen noch mal einige neue Produkte auf den Markt. Das heißt, ja, einige neue Kameras haben wir dabei, Objektive, Zubehör, Licht. Ja, also sei gespannt. Ja, erst vorgestern war es eine neue Kamera von Sony, die mit dabei war, nämlich die ZV-E1, also sozusagen der große Bruder der ZV-E10. Es ist auch eine Vlog-Kamera, aber sie richtet sich jetzt ein bisschen mehr an die fortgeschritteneren Vlogger, da jetzt echt noch mal viele neue Features mit dabei sind, die auch noch mal ein bisschen mehr aus deinen Bildern rausholen. Das liegt zum einen ganz klar daran, dass sie jetzt in diesem kleinen Body der ZV-E1 den Sensor der A7S Mark III verbaut haben. Das heißt, da ist noch mal wirklich einiges an Leistung dahinter, zum Beispiel die Farbunterabtastung von 4, 2, 2 und 10 Bit, die haben wir jetzt weiterhin, was auch an der Stelle mit dem Body nicht selbstverständlich ist. Dann haben wir eine Auflösung und eine Framerase von 4K und 60p. Und was richtig cool ist, im Sommer wird es auch noch ein kostenfreies Update für die ZV-E1 geben, womit dann sogar 4K und 120p möglich sein werden. Ja, und grundsätzlich versucht sich jetzt Sony mit dieser Kamera immer weiter in das ganze Thema KI einzuarbeiten, beziehungsweise dem Thema zu nähern, weil hier sind jetzt einige KI-basierte Funktionen eingebaut. Zum einen haben wir KI-Processing im neuen Frame Stabilizer. Hier bleibt dann eine Person immer an derselben Position im Bild, auch wenn sich diese Person im Bild bewegt oder die Kamera bewegt. Dann gibt es ebenfalls eine KI-Funktion, die wichtig ist, sobald sich zwei Personen im Bild befinden, und zwar eben nicht auf derselben Schärfenebene, weil jetzt passt sich die Blende eben automatisch mit an, sodass beide Personen scharf dargestellt werden. Da müssen natürlich gleichzeitig die ISO-Werte mit angepasst werden, im Gegensatz dazu. Aber die Helligkeit, die bleibt trotzdem gleich. Ja, generell gibt es eine Menge davon. Das Coolste finden wir hier, dass wir jetzt einen neuen Active Mode bekommen, nämlich den Dynamic Active Mode. Und dadurch werden die Bilder tatsächlich noch stabiler, weil wir konnten das im ersten Test auch sehen. Wir hatten die Kamera vor Release, also ein Vorserien-Modell, und es war wirklich schon eindeutig zu sehen, dass wir hier fast ohne großartig irgendwie aus Filmen zu achten, trotz Laufen sehr, sehr stabile Aufnahmen machen konnten. Das Feature, das würden wir uns auch ein bisschen für weitere Alphas wünschen. Ich meine, träumen darf man, aber das ist meine Bewerbung hier an Sony. Ja, eine Sache, die jetzt auch mit der ZV1 eingeführt wurde, das sind die Looks und die Moods. Die Picture Profiles, die haben wir alle weiterhin, das bleibt alles vorhanden. Also somit kommen Looks und Moods einfach noch mit dazu. Und sie können kombiniert werden. Das heißt, wir wählen uns einen Look für unser Bild aus und können das mit dem Mood ergänzen. So kannst du ein ganz individuelles Bild bzw. Look für dich generieren. Wir sind jetzt mal gespannt, ob dieses Feature so angenommen wird von den Usern. Du kannst vielleicht ja auch mal Feedback dalassen, was du davon hältst. Wir sind da sehr, sehr gespannt. Ja, dann hangen wir uns doch jetzt mal bei dem Thema Kameras weiter. Da hat RED auch was, ich sag mal, halbneues in Anführungsstrichen vorgestellt. Vor einigen Monaten hat RED ja die Reno V-Raptor mit S35 Sensor als Limited Edition in Grau vorgestellt. Und seit März ist sie nun auch als reguläre schwarze Edition erhältlich. Natürlich die V-Raptor XL, die gibt es jetzt auch mit dem S35 Sensor zu kaufen. Warum geht jetzt RED diesen Schritt nochmal wieder Richtung S35 für die V-Raptors? Ja, ganz einfach, weil einige TPs immer noch den großen Vorteil sehen in S35 Sensoren. Ja, und in einigen Anwendungsfällen, da macht das ja auch durchaus Sinn. Grundsätzlich sind das ja zum Beispiel traditionelle Filmproduktionen, die den Look sehr, sehr schätzen und auch die jeweiligen Optiken natürlich nutzen wollen. Aber auch andere Broadcast-Anwendungen. Die S35 Version, die ist dann auch im Vergleich zur Vista Vision Variante günstiger. Ja, wenn wir uns jetzt schon mal in der Kategorie hier befinden, dann passt vielleicht DJI als nächstes auch ganz gut. DJI hat eine weitere neue Drohne released, die DJI Mini 2 SE. Dafür natürlich dann auch die Fly More Combo. Die Mini 2 SE ist eine wirklich kleine Drohne, muss man ja schon sagen. Und somit einfach super, ja aufgrund von Gewicht zum Beispiel, perfekt für das Fliegen ohne Kenntnissnachweis geeignet. Sie kann bis zu 2,7K Videos aufzeichnen und hat, ja, trotz des kleinen Buddys, beziehungsweise der Akkubauweise, eine Flugzeit von 31 Minuten. Dann wurde noch ein neues Objektiv für das DJI Ronin 4D vorgestellt. Das hat eine Brennweite von 17 bis 28 Millimeter und T3.0. Damit ist es jetzt ein motorisiertes Zoom-Objektiv und, ja, somit gut, wirklich gut in der Zusammenarbeit mit dem Leader-Fokus-System natürlich geeignet. Weil bei EMA-Zooms, die konnte man ja auch vorher schon verwenden, gab es häufig Probleme bei der Kalibrierung, wodurch die Gliedersensoren teils, ja, unbrauchbare Ergebnisse geliefert haben. Ja, und apropos für Ronin 4D, es gibt jetzt ja auch noch das Ronin 4D Flex. Ja, das kannst du dir so als Erweiterung einfach vorstellen für deine Ronin 4D. Damit kannst du die Kamera, beziehungsweise den Buddy der Kamera komplett, ja, absetzen und musst den Buddy nicht mehr vorne, ja, mit den Armen sozusagen tragen. Mit dem Ronin 4D Flex hast du dann somit nur noch das Gimbal mit Sensor und Objektiv sozusagen in der Hand und kannst den Buddy dann, ja, ganz einfach auf dem Rücken tragen. Und das war der Moment, wo PGY-Tech sich was Schlaues überlegt hat, nämlich einen extra auf das Ronin 4D angepassten Rucksack. Damit kannst du dann, ja, genau das umsetzen, was die Idee vom Ronin 4D Flex war. Ja, bei Holyland, da war es wieder an der Zeit für ein neues Intercom-System, nämlich das Solidcom C1 Pro. Das gibt es jetzt auch selbstverständlich natürlich wieder in den verschiedensten Abstufungen, das heißt, mit bis zu 8 Headsets kann hier gearbeitet werden, also je nach Variante. Das ist ja der große Bude des Solidcom C1, das heißt, wir kennen schon einige Features, aber mit der neuen Version, da können wir jetzt noch höhere Reichweiten erreichen, von bis zu 350 Metern. Dann haben wir eine deutlich höhere Akkulaufzeit, bis zu 10 Stunden und natürlich auch das Main Feature, dürfen wir nicht vergessen, das Noise Cancelling. Das kennt man ja vielleicht schon von, ja, von seinen Kopfhörern und jetzt haben wir das auch in diesem Intercom-System integriert, um die, ja, um die Umgehungsgeräusche zu unterdrücken. Die C-O-Film hat ein spannendes Makro-Prime-Objektiv und ein Objektivset vorgestellt, nämlich die Gnosis mit 24 Millimetern und T2.8. Das kannst du an der Stelle auch einzeln bekommen und dann gibt es auch noch ein Set mit verschiedenen Brennweiten, eben die 24 Millimeter, dann noch 32 Millimeter und 65 Millimeter, ebenfalls mit T2.8. Ja, ausgelegt sind diese Objektive für Full Frame und kommen mit LPL-Mount, der kann aber auf PL und auf EF adaptieren. Ja, was sie jetzt natürlich so spannend macht, ist hier die Naheinsteckgrenze von 15,5 Zentimetern. Ja, und last but not least bei den relevantesten Neuheiten ist dann noch Ciyun mit dabei, nämlich mit Licht. Damit, ja, haben wir gar nicht gerechnet und wir waren sehr überrascht. Kannst ja mal schreiben, ob du damit gerechnet hast. Ja, sonst war Ciyun ja eher verknüpft mit Gimbals und Zubehör. Ja, genau, und jetzt kam im Licht unter anderem die Mollus Lights von Ciyun auf den Markt, nämlich die G6 und die X100. Die Mollus G60, so rum, ist eine sehr, sehr leichte und kompakte CUB-Leuchte mit einer Range für die Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin. Sie hat auch tatsächlich den beliebten Bounce-Mount, das heißt, du kannst es auch mit anderen Reflektoren und Lichtformern nutzen. Dann noch die Mollus X100. Die sieht dann doch eher erstmal auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig aus. Die hat den gleichen Farbtemperaturbereich, kann aber eben durch die kompakte Bauweise wirklich überall eingesetzt werden, selbst wenn es wirklich sehr, sehr eng ist. Und dann gibt es auch noch die Fire-Ray-Reihe, das ist erstmal eine kleine kompakte Leuchte mit 40 Watt, ähnlich optisch zumindest wie die ALMCs von Aperture und dann noch eine kleine Tube-Light mit 100 Watt. Ja, wir sind mal gespannt, wie Ciyun sich auf dem Lichtmarkt macht und wie es angenommen wird und was die ersten User so sagen, sobald sie die Leuchten in den Händen hatten. Ja, und somit kommen wir doch jetzt mal zu den relevantesten Firmware-Updates. Da war Ari mit dabei, die Hi5 und auch die RIA 1 haben gleichzeitig ihr Update 2.0 bekommen. Die Hi5 hat durch das Update einen Frequenzanalysator erhalten, der bei der Auswahl des Funkkanals hilft. Ja, ansonsten gibt es noch benutzerdefinierte Layouts, das Productive Lens Mapping sowie neue smarte Ringe an der Hi5. Und die RIA 1, die kann jetzt direkt die Motoren kalibrieren und dient generell als wichtiges Update für das Hi5-Ökosystem. Blackmagic war durch die neuen Produkte Ende Februar ja sowieso auch im Update-Fieber. Das ist ja ganz normal, deswegen gab es unter anderem natürlich ein wichtiges Kamera-Update, die 8.0. Damit werden jetzt die neuen Studiokameras 6K Pro und 4K Pro G2 unterstützt. Für die 4K Pro und die 4K Plus gab es innerhalb dieses Updates auch nochmal ein paar Neuigkeiten. Das werden jetzt Voreinstellungen und LUTs mit beibehalten für zukünftige Updates. Ansonsten wird jetzt auch das Schreiben von Bewegungssensordaten unterstützt für B-Row-Aufnahmen. Und dann können auch noch Standbilder während der Aufnahme gemacht werden. Ja, und auch noch ein paar Sachen mehr. Für die Switcher kam zum Release der neuen Produkte auch die Update-Version 9.0 mit, mit dem dann die ATEM Television HD 8-Reihe dann unterstützt wird. Und mit der 9.0.1, die jetzt im März kam, da gab es neue Features für den ATEM Constellation HD mit 4Me. Einige Bugfixes waren mit von der Partie sowie UVC-Unterstützung. Und auch Tally wurde korrigiert für die Eingänge 9 bis 40. Ja, und dann Anfang März kam dann noch für Sony eine Neuerung für das leichtere Arbeiten mit der Kamera. Nämlich über die neue Creators-App für die neuesten Kameras, aber jetzt erstmal zunächst. Damit kannst du dann deine Kamera steuern zum einen, aber du kannst auch Files auf den Server laden zum Beispiel. Deswegen gab es jetzt auch ein kleineres Update für die A7 IV, weil die wird das ja unterstützen. Mit dem neuesten Update kannst du jetzt eben halt die Creators-App dann nutzen. Ja, und das haben wir natürlich auch getestet und es funktioniert auch super. Ist aber natürlich auch noch im Aufbau, weshalb natürlich jetzt anfangs ein paar kleinere Probleme da waren. Aber wir konnten die auch leicht wieder lösen. Was wir jetzt noch haben, ist natürlich unser Filmtipp des Monats. Unter anderem, der kommt jetzt in diesem Monat von meinem sehr, sehr lieben Kollegen Tobias aus dem Sales bei uns bei Tatec München. Der empfiehlt uns den Film Everything, Everywhere, All at Once. Er meinte, es ist schon ein bisschen anders, der Film, aber vielleicht ja gerade deswegen umso sehenswerter. Gedreht wurde der Film auf Alexa Mini und tatsächlich auch, es gab auch eine Mischung aus sphärischen Linsen und Anamorphoten. Genutzt wurden hauptsächlich Zeiss, Superspeeds und die beliebten Atlas Orion. Ja, und ich habe es natürlich nicht vergessen. Es gibt natürlich auch etwas zu gewinnen. Diesen Monat verlosen wir wieder was für die Beleuchtung am Set. Das ist die Smorik RC120B. Auch eine CUV-Leuchte, die sich in den letzten Monaten sehr, sehr bewährt hat. Seit sie auf dem Markt ist, da gab es wirklich einige Kunden, die wirklich sehr begeistert sind und sie auch sehr, sehr gerne mit ans Set nehmen. Wir haben ja bereits auch schon mal ein ausführliches Video dazu veröffentlicht und haben auch Tests gemacht mit den Amaranzen im Vergleich. Das heißt, du könntest dir das hier auch nochmal genauer anschauen, wenn du wissen willst, wie die abgeschnitten haben. Wenn du die RC120B gewinnen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal und like das Video. Ansonsten schreibe auf jeden Fall noch unten einen Kommentar und du bist im Lostopf. Aber alle genauen Teilnahmebedingungen, die findest du auch nochmal unten in der Infobox. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, unseres monatlichen Recaps. Aber wenn du generell findest, dass dieses Format ein cooles Format ist, dann schreib uns auf jeden Fall mal Feedback dazu. Wir freuen uns sehr, sehr drüber. Solltest du ansonsten natürlich noch Fragen zu den Produkten haben, dann kannst du mir die sehr, sehr gerne unten in die Kommentare stellen. Oder du rufst einfach meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb an.